Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption. So, wie versprochen machen wir heute mit der Story Mika Bell weiter. Mika hatte ich gebeten, dich mit ihm in seinem Lager in der Nähe von Strawberry zu treffen. Genau das werden wir jetzt machen. Haben wir das markiert? Ne, haben wir nicht markiert. So, okay, ich mache das Bildmark-Gerät an und dann würde ich sagen, auf zu Mika Bell. Aber ich glaube, wir werden gar nicht die Straße lang gehen, wir werden gleich hier hochreiten. Ist kürzer. Wenn wir nicht wieder an einen Baum ran reiten, dann ist es kürzer. Oh, können wir hier nicht runter? Schau mal, es musste hier unten sein, ja. So, wenn wir jetzt ein Lager hier haben. Gerade unten sehe ich schon. So, dann schauen wir mal. Geh, meine Hüte, geh. Und da ist er auch schon. Hey Arthur, gut, dass du dich sehen möchtest. Warum? Willst du dich wiederholen, Lieber? Ha ha, ha, ha. Nein. Ich habe einen Plan, um es zu tun zu tun. Oh, einen Plan wie der Blackwater-Ferry-Job? Oder wie du, dass du aufgeltst und in der Strecke geldenst? Du sagst, du warst ein großartiger Schmuck, aus einem kleinen Baum. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich dachte, du warst ein schwerer Mann. Nicht ein von diesen Mannen, der versucht, seine Räden zu retten. Ich weiß nur, dass wenn alles real ist, du blöde, verlierst du blöde. Blöde? Das sieht so aus. Ich denke, du wirst nicht mit mir fahren, um die Banking-Koch zu holen. Das kommt, in der Strawberry. Ich hörte einen von den O'Driscoll-Bornen, jappen über ihn, während ich da war. Du und ich? Wir machen Robberie? Das war's, was ich gesagt habe, nicht ich? Nach dir. Okay, Bankersorben. Gut, Tiger auf dem Pferd. Ich bin jetzt hier, nicht ich? Wie ich gesagt habe, ich bin nicht zurückgegangen, nach Deutschland, ohne eine Friedenbewegung. Also, was das Problem mit diesem Koch? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Es kommt über diese Zeit, jeden Tag, wie ich sagte, der Ende. Ich meine... Wie viele Menschen, Schäuern, Räder? Nichts ernstes. Es wird gut. Ich hörte, die Banker haben alle Trigger-Mann die können, von kurzem. Die schwerer, die besser. Du bist zu viel. Entschuldigst du mich, wenn ich nicht wirklich in etwas, wie O'Driscoll gesagt hat, wenn du, wenn du, in der Jail-Sell warst. Er hat mich gehalten, zu sagen, wie sie es auf der Regulierung Das ist ein guter Weg in meinem Buch. Verdammt, die Trischolle sind jetzt überall. Die Schäuern haben die die meisten von der Big Valley. Ich hörte, dass sie eine große Rache in der Nähe. Wie in der Hölle Sie und Lenny sind hier, hier? Sie wissen, wie es ist? Ein paar Ziele, hier, hier, hier. Hier, hier. Nichts, die Sie zu beschäftigen. Ich schaue immer meine Arbeit. Es beschäftigt mich wenn Sie uns in gefährlich und wir nicht wissen, bis es zu lange. Wie das Bewegung, die Strawberry macht mich die ganze Zeit für Ihre Waffen. Waffen sie sind. Du musst ein bisschen schlafen, Morgan. Schlafen? Ich habe gesehen, dass Sie voll und noch einmal und Sie nur mit uns ein paar Monate fahren. Wir werden diesen Coach oder viel ist fertig. was getan ist ist getan. Dann gib mal Gas hier. und die mal ausrauben können. das geht gut das ist das ist das ist das das ist das 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 ist das ist das ist das das ist das ist das gibt das 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 ist das das ist das ist das Oh, ja! Sorry! It's payday, fellas! Sie? Ich habe gesagt, das ist gut, Morgan. Das ist gut für Sie. Oh, ich habe ihn nicht mehr. Es sieht aus, dass sie nicht gut spielen können. Es ist nur der Fahrer, komm! Es ist nicht stopt! Wir müssen den Fahrer entfernen! Du denkst, ich habe das gesehen? Los geht's aus hier. Oh, Bert. Nein, du musst deine Gesichter entfernen. Es ist nur du und ich, mein Lieber. Wie lange dauert es? Nächste Zeit, ich werde dich in der Luft. Ich hoffe, es gibt eine nächste Zeit. Ja! Oh! Lenker ist der Repetüge. Du willst einfach nur über die Hände entfernen. Oh! 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 Oh, he's gonna get it down! Dammit, spirit, dammit! Come on down! And somebody picked out a man for me to fight! Look out, Morgan! Morgan's coming down the track! I'm gonna stand by your goddamn corpse! That's it, man! I'm gonna get to you, next! Ah! She's right here! Bleh! You're gonna do it! Ah! 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 The cowards! Ja, ich kann mir schon die Wand um ein bisschen looten. Ein bisschen looten und leveln. Hier kannst du das Schloss als Ziele fassen. Schießt auf das Schloss. Was für ein Schloss. Was ist da? Das könnte es tun. Komm, wir sehen uns, ob alles das funktioniert. Alles ich sehe ist, dass du, ich, eine Rive voll von Ditto Driscoll und eine Lockbox. Ich würde sagen, wir sind gold in hier, Morgan. Schau mal das. Was ist das hier? Es ist gut. Wir müssen sicher, dass der Gang auf die Piste ist. Ja, ja. Wie ich gesagt habe. Super, unser Pferd ist auch nicht mehr da. Ich flipp aus. Ich weiß, Boss. Ich weiß. Ich weiß. Es war Spaß. Ich weiß. Da dort ist es, ja. Sehr schön. Weißt du was, jetzt werde ich die aber noch looten. Den Rest hier. Und den noch da? Ja. Oh, wir gehen mal lieber. Wir gehen mal lieber. Und den Knast und prayer. Ne Arrow le corps. Ich darf deineラ Unswnsatze nicht zu lernen. Absolut, entspricht gehen dir. Wenn sie hier aufstehen. Ich keineiziige JÖR an seinem Rauch. ich musste jetzt unbedingt wer das zeugen waren wird dann wieder ein bisschen schlecht wegen kopfgeld und so ihr wisst schon jetzt haben wir da hochgeschwindigkeit der splitter munition ok reinigen so dann schauen wir doch mal was jetzt machen können wir sind hier da haben wir alles erledigt da oben hätten wir auch noch was ist denn das hier albert mason wildtiefotografie habe jetzt kein bock drauf ok wir haben jetzt auf jeden fall schon wieder hier neue quest und hier waffen verboten grace was sind das überhaupt warum haben wir hier warum ist es hier gut ja ich würde sagen wir reiten mal zu der farm hier oder was ist und die kinokamera an ich glaube ich habe es eh schon erwartet aber in der kinokamera könnt ihr praktisch den markierten weg entlang reiten ohne dass ihr irgendwas tun müsst also ich habe das gamepad jetzt aktuell nicht in der hand und er macht es ganz alleine volatile okay okay ist ja genau 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, das ist schon ein weiter Weg, he? Komm, wir werden mal ein bisschen schneller reiten. Alter, ernsthaft? Alter, ernsthaft? Oh, I'm sorry, girl. Ja! 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 A whole lot of ugly things you did. You can't turn me in! This ain't just! Keep your distance, it's got a grip! Okay. Now come on! What's that look like? Where are we now? Now we're going to be there. We're going to be able to find out the farm. We're getting none! Yeah! You're okay, girl. Ist jetzt die Möhre gefressen oder nicht? Was gibt die denn das denn nicht? Weil der äußere Ring voll ist oder was? Okay. Okay. Ja! 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 Ja, ich hab jetzt keine Zeit, die muss hier das Anwesen auskundschaften. Ja! 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 Ich denke, wir werden da lieber. Okay. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier Probleme kriegen oder nicht. Ein richtiges Haus hier. Ein richtiges Haus hier. Hey, äh, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region and, äh... I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the Woodstore. Am Holzlager? Okay, so we did more. Huh. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here. Then suddenly, there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaite's. I don't wanna kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderers to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she, she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow. If tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds it. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Okay. Take her this letter and this bracelet. Schleicher ich aufs Grundschick der Braithwaite. Schauen wir mal auf die Karte, wo das ist. Okay, dort unten. Okay. Schauen wir mal auf die Karte, wo wir einfach ganz lässig rausreiten können. Und schauen wir mal, ob wir dort auf das Grundstück dann aufkommen. Jetzt warte mal, wir gehen ja schon wieder den offiziellen Weg. Den gehen wir jetzt mal nicht. Oder? Doch, den müssen wir gehen. Okay. Riesen Farm haben wir hier. Wahnsinn. Oh, ich wollte jetzt schön gemütlich rüberhüppen. Ich wollte jetzt schön gemütlich rüberhüppen. Ich wollte jetzt schön gemütlich rüberhüppen. Okay, Halt. Ja. Oh, go! leute schon ist an wie aus dem film schauen wir mal ob wir das hinbekommen noch sind wir in keinem roten bereich ich weiß ja nicht was hier für halunken rumrennen aber auch ein schönes anwesen auch ein riesenhaus meine fresse wie gerne wir in das haus mal reingehen und alles snacken was da drin ist ich sehe keinen ich habe wieder in sich gesehen ok da ist er schon seine geliebte es ist Penelope Braithwaite ja ich bin ich habe einen guten Tag für dich und ein ein Buch und ein Buch aber wir wissen uns gar nicht es ist nicht von mir von von Bo oh er ist so strange ja er ist ein bisschen strange aber auch so human die resten unserer Familie sind in den dunklen Jahren oder ich weiß nicht cave people vielleicht Bo ist anders aber wenn sie herausfinden sie töten ihn und senden mich nach einem Ort wie Ohio haben Sie schon nach Ohio nach Ohio Nein also ich nicht aber mein Freund hat eine Faktorien da er war ein bisschen wie die schwarze aufgrund der zu haben aber jetzt sie ihn tolerieren weil er ein fischiger ein Familien sind etwas anderes haben Sie eine Familie nein nicht wirklich sie ihn tolerieren weil sie das Geld aber ich mit meinen Ideen über meine Station sie können nicht das klingt ziemlich kompliziert aber ich weiß nicht was zu sagen nichts zu sagen außer ich hoffe dass sie alle roten ich nicht äh vielleicht vielleicht ein bisschen aber hier wenn Sie wieder sehen Sie sehen will Sie das ihm geben? Sure Ja Ich lasse das an wie so ohne entdeckt zu werden Alter Scheiße Was machen wir jetzt am besten? So ein Pferd snicken Komm ich werde jetzt einfach wieder zurückgeben wie ich gekommen bin was mir das der eine Typ hier hier stand einer oder ich probiere es ja probier's mal mit gemütlichkeit hier stand vorher einer ok da sind wir da da ist einer ok hier war vorher ein reiter irgendwo dass er über den hügel da drüben ist ich sehe jetzt hier aber keinen wenn ich ins Pferdruf und aufsteige dann wird einer vor mir stehen so ein Pferdruf aber bitte ja die wegfährt ok na den Typen wieder den Brief geben In das Anwesen können wir ja rein. Mit den Greys sind wir ja befreundet, sozusagen. Dürfte es keine Probleme geben. Schauen wir mal, ob man ins Haus rein kann. Schauen wir mal, ob man ins Haus rein kann. Das ist ja ein geiler Unterschlupf für uns. Hier kommt man noch nirgends mal rein. Oh, Entschuldigung, Leute. Sorry. So, wo ist denn jetzt? Der Schlingel, der... Oh, bitte hinten rein. Man hat ja einen Bart. Den lass ich mal dran, ne? Ja. 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 Da geht es zu Ende. Da ist es sie überhaupt nicht, wie die Menschen zu bezahlen. Das ist so eine Anerkennung. Daher ist ein blöcke. In solchen Teilen, wie bei mit den Insel. Das ist zu verabschieden. Entschuldigung? Ich möchte mich meinem Kauschin, Matilda, ich möchte ihn mit Penelope. Aber sie werden sie... Sie werden sie in einer dieser Rallye verletzen. Sie haben es vorher gemacht. Herr, du musst du helfen. Ich bin Angst, dass ich keinen Teil davon will. Ich will Geld, meine Familie. Wir haben noch ein paar Geld. Alles klar. Nur noch nicht mehr mit Worten. Danke. Komm schon, wir müssen gehen. Okay, ihr soll Zwangsverheiratet werden, so wie ich es mitbekommen habe jetzt? Mit seiner Cousine? Das ist natürlich nicht so geil. Ja. Da sind sie! Bo, was du hier machst? Ich kann nicht damit, dass du mit dem. Du wirst du getötet. Ich bin bereit, um zu sterben, Bo. Du kennst das. Mach etwas, bitte. Du was? Fight das Marble? Sie müssen mich wiederholen. Das ist kein Waffe, Herr. Sie brauchen zu Schutz von bestimmten Elementen. Meistlich meine Familie. Penelope, ich bitte dich. Ich erzähle dir was. Dein Freund hier kann den Wagen für uns fahren. Es wird uns alle lauter schreiten. Hooray! Frau Calhoun. Frau Calhoun. Mein Freund hier sagt, er kann den Wagen fahren. Das ist die alte Scheckschraube. Ja, ma'am. Ja, ma'am. We're mother's wise housekeepers and daughters. We cook the food and we fetch the wine singing song. Green and white green. Ist das dein richtiger Name verraten? Eigentlich ist er ja Callaham. Das war ja hier. Ich gräbe mich hier komplett in die Scheiße rein. Wir sollten hier keinen Streit anfangen in der Stadt. Es ist klar hier. Durchjuggeln. Dann musst du es hören. Lädiens! Get down! Go home! Shut your mouth! What are you doing? What are you doing? What are you doing? Oh, my God. Shit! Caused all this trouble. Get down! Ladies and gentlemen, This is a great day for all of us. Today is the day we begin to live as equals. Equals! Yes, equals, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Fair, equal, and free. Just as the Founding Fathers intended. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. Oh, damit gibt's kein Stress. Hey! What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. Shh. What are you doing here? Listening. I suppose. Go help, Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. It's me. You learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was a cocky little... Bo! Where are we just leaving? Who the hell is this? Follow me around here. Oh, or what? You'll hit me? Come on. Can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Break now. We've got to go before they think twice. Oh, boy. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. A land of equality. A land of progress. Look at the beautiful land we have built. But... You don't want to go back and hear the speeches? I ain't voted before, but... Kinda getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you? I know about Penelope and you, and I've been here all ten minutes. The sooner it's out, the sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaite. We bury our secrets and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't, right? You know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I'm not a girl. You don't want to go back and look at this place. I don't know. So, where are you now? This is awful. Nobody died. It's not that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will. As soon as I have enough money, when my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, uh... They keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh! Damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Oh, here. Your payment. Thank you. Excuse me. Beautiful. Oh my God. I'm gonna be late. Oh my God, you're very tired. Oh my God. Oh my God, so... Oh my God... Oh my God. Was dann danach zu tun wäre Wir müssen auf jeden Fall mal Das ganze Geld in unser Lager zurückbringen Was wir hier eingetrieben haben Hier können wir es zurückbringen Einbruch schon Jetzt müsste er pürsen Okay ist jetzt nichts da Werden wir sehen Schauen wir uns in der nächsten Folge an Gut ich bedanke mich fürs Zuschauen Und wenn ihr Bock habt würde ich mich sehr freuen Wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal Bis dann, ciao, ciao, euer Andi Bis dann, ciao, euer Andi